Ich bin Eva und fühle mich in letzter Zeit häufig müde und schlapp. Der Ursache will ich auf den Grund gehen und mein Wohlbefinden verbessern. Bevor ich irgendetwas einnehme, möchte ich genau wissen, was mein Körper braucht. Ich habe mich dafür entschieden, meine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einen Bluttest bei For You zu bestellen. Unsere Bluttests verraten dir, ob du ausreichend mit lebenswichtigen Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen versorgt bist. Mit dem Bluttuning füllst du deine Defizite auf und lernst deinen Körper besser verstehen. Einfach, schnell und bequem von zu Hause. Unsere Bluttests enthalten Rücksendeumschlag, die Packung mit dem Blutstäbchen und dem aufgeklebten Aktivierungscode, einen Tupfer, Pflaster, ein Desinfektionstuch, zwei Lanzetten und ein Bonbon zur Belohnung. Um den Blutfluss anzuregen, wäscht sich Eva mit warmem Wasser die Hände und lässt ihren Arm kreisen. Nun öffnet sie die Packung mit den Blutentnahmestäbchen und desinfiziert ihren Ringfinger. Die Schutzkappe der Lanzette lässt sich mit einem Dreh links herum lösen. Eva nimmt die Lanzette in die andere Hand, legt den Daumen auf den Auslöser. Mit dem Drücken des Auslösers spürt Eva einen kurzen Pieks. Das Blutentnahmestäbchen wird waagerecht zum Finger gehalten. Sobald sich ein großer Bluttropfen gebildet hat, nimmt ihn Eva mit den beiden Blutstäbchen auf. Der Finger kann bei Bedarf zusätzlich massiert werden. Ist der Kopf des Stäbchens vollständig mit Blut getränkt, war die Entnahme erfolgreich. Die Blutentnahmestäbchen werden zurück in die Verpackung gesteckt, um zwei Stunden zu trocknen. Mit dem Tupfer kann eine etwaige Blutung gestillt werden. Das Pflaster trägt Eva mit Stolz. Das Bonbon ist ihre Belohnung. Eva aktiviert ihren Bluttest online auf www.4u-e-health.de und wirft ihre Blutprobe mit dem Rücksendeumschlag noch am gleichen Tag in den nächsten Briefkasten. Nach wenigen Tagen bekommt Eva per E-Mail Bescheid, dass ihre Testergebnisse online verfügbar sind. Leicht verständlich und ausführlich bekommt sie diese dargestellt. Und kann sich mit anderen vergleichen. Jetzt weiß sie genau, was ihr Körper braucht und wie sie ihre Ziele erreichen kann und kann damit beginnen, ihre Defizite aufzufüllen. www.4u-e-health.de Starte dein Bluttuning.